willkommen zu einer neuen ausgabe des monolog podcast ich bin sascha markmann und ich sage mal hallo das heutige wort ist erwachsen oder auch volljährig das wort ist mir dieses mal nicht durch den duden zu mir gekommen sondern ich hatte mich mal gefragt was ist eigentlich erwachsen sein und da hatte ich halt so vor mich hin sinniert und dachte auch das ist ein schönes thema für diesen podcast erwachsen was ist das eigentlich also ich hatte immer gedacht gehabt wenn man erwachsen ist dann verhält man sich so groß so man trifft die richtigen entscheidungen man weiß was man tut man weiß was man will jetzt ist das so ich bin jetzt schon 40 jahre 41 jahre auf dieser erde und rein theoretisch sollte ich seit 23 jahren erwachsen sein ich fühle es mich heute noch nicht ich bin total umsicher bei meiner entscheidung die ich treffe ich weiß nie ob das das richtige ist und habe ich jetzt so im nachhinein immer meine eltern bewundert weil die immer den anschein machten sie wüssten genau was sie tun ja heute weiß ich aus gesprächen das ist gar nicht so mein vater fühlte sich auch nie erwachsen spätestens dann wir den kinder bekam also sprich mich und meine schwester da musste er wesentlich erwachsener handeln aber im kopf war ja immer noch ein kleiner junge der gerne viel schwachsinn stumpfsinn und blödsinn gemacht hat irgendwie witzig und genau so fühle ich mich auch ich bin auch nicht der besondere mensch der genau weiß wasser tut wann und wo er was zu tun und zu lassen hat ganz im gegenteil ich komme mir immer so vor wie dieses kleine tollpatschige mädchen was mit zurück zum hund geht und schön um die pfütze herum mit dem hund und weiter des weges genauso fühle ich mich auch hin und wieder verhalte ich mich überhaupt nicht altersgerecht erwachsen und bin mehr mehr ein dummes kleines kind wobei das soll es nicht negativ klingen kinder wissen genau sehr wohl was sie tun und deswegen sind sie gar nicht mal dumm sondern ja sagen wir es mal naiv wobei das ja auch nichts schlimmes ist es ist halt dieses kindliche diese kindliche leichtigkeit des lebens und darum beneide ich jedes kind ich denke als erwachsener hat man das einfach viel zu viel verlernt sich diese kindliche momente zu bewahren diese kindliche sichtweise immer ist alles so trocken und ernst immer geht es darum um habe ich genug geld kann ich meine rechnung bezahlen wenn man bald der strom abgestellt fliege bald aus meiner wohnung raus und 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 das ist so total so ja den spaß am leben nehmen ja so erwachsen sein ist also dieses traditionelle erwachsen sein das was von uns seit der kindheit einbläut ja verhalte ich doch mal erwachsen das ist so entspaßung des lebens so würde es nennen es ist wirklich eine entspaßung des lebens weil würden wir richtig spaß haben auch heute ohne dass wir uns irgendwie so sorgen machen müssten wäre das eine wesentlich freundlichere welt und ich glaube es gibt auch weniger menschen die depressiv werden und große sorgen hätten jetzt soll man das ja alles nicht falsch verstehen ich schätze das halt erwachsen zu sein und tun und lassen und was ich will im rahmen der gesetze und den rahmen der gesellschaftlichen normen also auch wenn ich das schön finde ohne klamotten in meiner wohnung herum zu laufen oder auch mal gerne mal fkk zu machen ist es gesellschaftlich nicht geachtet nackend durch die stadt zu laufen also selbst ein unpassendes kleid oder eine unpassende kleidung beim mann kann gesellschaftlich gesehen doch sehr geachtet werden also das ist aber auch weil die leute sich halt so viele gedanken über alles machen als kleines kind habe ich mir darüber absolut keine gedanken gemacht wenn ich nackend am strand gelaufen bin da hat sich keiner gedanken darüber gemacht dass sich auch niemand von den erwachsenen gedanken darüber gemacht aber spätestens mit den einsetzen des schamgefühls macht man sich gedanken darüber und das ist dann halt wieder so ein verlust von freiheit ja vielleicht ist auch erwachsensein verlust von freiheit picasso sagte mal alle kinder werden große künstler sie verlieren es nur auf dem weg des erwachsen werden und das ist auch so eine sache wie umgeniert manche kinder einfach bilder malen und der sonne ein gesicht malen ja dabei hat eine sonne kein gesicht als erwachsener weiß man das aber als kind ist das völlig klar es ist eine freundliche sonne sie gibt uns licht also hat sie ein lächelndes gesicht und wenn es regnet dann weinen die wolken also haben die wolken ein trauriges gesicht vielleicht ist erwachsen sein ja so eine art abschied nehmen und nur so eine phase von einer freiheit die man als kind hatte kinder sind frei sie machen sich wenig gedanken über manche sachen wenn ich jetzt erlebe ein kind der trotzphase es will jetzt unbedingt dieses eine bonbon haben im geschäft da wird gestampft da wird getrampelt das ist ja als ob das leben davon abhängt als erwachsener würde man das nicht machen dann würde man sich dieses bonbon einfach kaufen als kind ist es nun quasi ein weltuntergang aber ich kann mir das auch einfach als kind auch leisten mir diese freiheit zu nehmen jetzt so bockig zu sein so schön in der trotzphase wie man so sagt ich hatte irgendwann mal mit meiner mutter gesprochen und sie hatte ein krimi gelesen jetzt weiß ich leider nicht mehr von welcher autoren sie sagte kinder sollte man am besten im alter von zwei jahren bis zum dritten lebensjahr einfach wegschließen können weil das muss das schlimmste alter sein und das was ich so mitbekomme ja das muss das schlimmste alter sein später wenn sie in der pubertät sind mannt ja auch aber vielleicht ist auch erwachsen werden etwas was mit reifen zu tun hat und dann verliert man halt leider viele freiheiten freiheiten in kopf freiheiten in geiste und muss sich dann halt auf andere art und weise diese freiheiten wieder zugute führen ich glaube deswegen sind auch drogen und alkohol so beliebt weil man sich damit wieder ein stückchen freiheiten besorgen kann wenn ich nüchtern bin wenn ich nüchtern bin wird man sehr komisch angeschaut wenn ich auf den tisch tanze wenn ich besoffen bin wird man vielleicht auch mich auch noch komisch angucken aber ist es irgendwie akzeptierter alle anderen haben ja auch getrunken vielleicht ist es dann sogar lustig ich weiß es nicht ich habe es noch nie getan aber wenn ich mir das so bei anderen anschaue dann ist das so wie seht ihr das denn so ist bei euch erwachsen werden auch ein Prozess gewesen in dem ihr viele kindliche freiheiten verloren habt wart ihr auf einmal wesentlich weniger Kind weniger spaßig oder wart sobald ihr 18 wart oder 21 oder gar 25 wie gesagt ich bin es mit 41 heute immer noch nicht ganz ich schätze dass ich halt als erwachsener Mensch tun und lassen kann was ich will im Rahmen der Norm das sagte ich ja schon aber auch diese vielen kindlichen Momente das versuche ich immer wieder einzubauen es ist unwahrscheinlich fantastisch was man da für eine Kreativität herausziehen kann für sich was da für eine Kraft auch in und für eine Energie drin steckt man sagt ja auch wenn man erwachsen ist oder erwachsen wird dann wird man Pflüge das ist der Moment wo die Tiere das heimische Nest verlassen vielleicht ist das auch so wenn ich das heimische Nest verlasse darf ich mir einfach weniger Kindlichkeit zugestehen vielleicht ist das so vielleicht muss ich da mit Leben umzugehen tja das waren jetzt so meine Gedanken zum Thema erwachsen werden Dankeschön fürs Zuhören ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe des Monolog Podcasts und sage mal bis dann Tschüss Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020